Hi Michi, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hältest du Lust, uns ein wenig über deine Aufgaben im Bereich der Test-Tireline zu erzählen? Hi, ja gerne. Wo bist du aktuell dran? Ich bin aktuell an unserem Appointment-System dran. Das ist eine Web-Anwendung mit der der Kunde die Möglichkeit hat direkt einen Termin bei der Werkstatt zu buchen. Könntest du uns das mal kurz zeigen? Ja. Ihr Kunde hat über das Appointment die Möglichkeit Termine direkt mit der Werkstatt zu planen. In dem Fall bin ich hier ein Einlagerungskunde und habe die Reifen bei Ihnen eingelagert. Dann gebe ich mein Kennzeichen an und habe dann hier die Möglichkeit eine Leistung auszuwählen. In dem Fall die Radwechselgruppe. Und dann kann ich sagen, ich möchte Reifenwechsel Frühjahrssaison. Hier sehe ich auch direkt noch Informationen über meine Reifen. In dem Fall müssen die Reifen nicht erneuert werden. Ist also alles in Ordnung. Brauche ich keine neue kaufen. Und kann direkt mit Weiter bestätigen. Und habe dann die Möglichkeit, direkt einen Termin zu vereinbaren. Das Appointment ist direkt mit der Desk-Tiline verbunden und greift auf den Terminkalender der einzelnen Bühnen zu, so dass man hier auch direkt sieht, welche Tage oder welche Stunden überlegt sind und welche frei sind. Und wenn ich den Termin jetzt hier eintrage, wird der auch innerhalb weniger Sekunden in der Tailine erscheinen und der Termin ist gebucht. Du hast ja jetzt schon ein paar Vorteile erklärt. Wo würdest du sagen, liegt der größte Vorteil in der Verwendung innerhalb der Desk-Tiline? Also der größte Vorteil vom Appointment ist, dass man einfach die Möglichkeit hat, am Smartphone das zu buchen oder direkt am PC. Und die Werkstatt ist dann nicht unnötig mit Anrufen beschäftigt. Ein Anrufer muss entgegengenommen werden, die Daten müssen aufgenommen werden. Und über das Webinterface werden doch deutlich viele Minuten pro Tag gespart. Okay, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Gerne.